das Wurzelt Lekker da geht es auch so viel ist also toll Eier sagte ich wirklich das dachte ich schon immer hat das ist das das ist das Prozent hinschen also mit hinschen Köln weißt du vom Marke und sagt man Preulermann dazu zum hinschen Verbrecher WAPEX Bisschen wieder da der ist gerade war Pex aber voll scheiße ich war kein Nachbar heißt die Chance sich in dieser diese Runde ist aber nach der Welt so gering die an das nicht was von dreimal entweder mehr und er hat mich umgebracht am Anfang gleich Prozent das war jemand anders Schädigung ich will keine falschen Beobachtungen aufstellen und um an und das kann ich nicht mehr den goldenen Talon machen Prozent es geht auch nicht aus du kannst den goldenen Taler gegen edle seiten waren aus dem Osten tauschen war ich liebe Osten essen nun gar nicht so dass sie entdeckt den ich bis jetzt zwar ist bei der ich müssen durchgeknallt er hat das ist der Wiener bei Richtigsten das Weischen da er ist lieber bei Rolf Baden obwohl Baden habe ich nicht gehört auch wobei bei der Kunde wenn die Bayern anfangen zu reden dann wird sie nicht mehr als Kölzer nach Baden gezogen und das ist der Geiz der Horror du verstehst keinen und vor allem hat jedes Scheißdorf auch noch so sein eigenes Dialekt also das ist doch schief das freut mich als Richtig ist für mich wie eine andere Sprache du warst Wurst essen er warst Wurst tun wir mal das leiden tun wir mal das leiden oh Gott also wir lassen es einfach sechsliche Sprache schwere Sprache rede groß ja sechzig aber wenn du bist ich bin ehrlich Das du doch Nachbar bist Ich hab wieder Emorien, dass das Florian ist Du hast Emorien? Warst du grad pissen oder was? Ja, war ich Ja, super Warte, Fynn Nee, 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 nein Ich hab kein Vertrauen, ich hab kein Vertrauen in den Spiel mehr zu dir Nein Ich würde nicht wieder kommen, wenn ich jetzt wäre, hallo Ja, das hast du vorhin auch schon gesagt Ich bin es aber nicht Komm, wie das Schaube geht? Er lässt an Schaube gehen Komm hoch Moment, Moment, kommt hier Ich hab Angst Oh Mann, Shado, ich bin es WAPEX Tu dir nicht Du bist doch mein Glatzkopf Oder Rutschopf Du geboren worden? Komm, Chef, wir gehen hoch Hihii Weiß nicht Wo willst du denn hochgehen? Ja, komm mit Wieso soll ich dir die Kräuter nicht vertrauen? Hier hoch springen Und dann auch die Tonne da oben Von der Seite, von der Seite musst du Also hier rüber, hier hin Nein Nein Bin ich Ja, schön, dass du hochkommst Kannst du mich mal ziehen? Human for Flat Nee, geht nicht Nee, geht nicht Da hoch, da musst du hoch Ja, ha Genau, und jetzt ab die Tonne Genau, und jetzt hier rüber Und dann hier rüber springen Noch an, auch jedes Mal springen, ey Was soll das? Wo? Komm mit Ja, nie Ey, junger Mann Luca, du hast doch gerade einen Schlüssel gefunden, gell? Kriegen wir den mal runter Achtung Na, ich brauch mir jetzt zwei Stühle für Alter, jetzt nimmt er mal den Stuhl weg Achtung Wofür brauchst du denn du einen Stuhl? Äh, wir kommen ja sonst nicht hoch Und der Stuhl hin, ich bin nicht da Ja, gut, wenn du jetzt schon reißen Warte Und dann weiter rechts aufs Dach Ja, schau Ähm Ähm Aber Hm? Also unten? Ja, verletzt Schwer Ich brauch die Medik Sehr schön Ey, ist das euer Ernst, dass das Kind verletzt werden kann? Was? Das Kind kann verletzt werden, das geht gar nicht Ich bin schwer verletzt und so Ich brauch doch ein Rettungsteam Ja, wir wollen hier hochkommen Ich bin hier unten bei Pfleger und mach irgendwie mit Ich bin hier unten bei Pfleger und mach irgendwie mit Butler Vapuks geh weg Bamz, hilf mir, Bamz, hilf mir, bitte! Der Retter in Not ist immer da Florian, ich helfe dir. Schnell, ich musste weg von Barfix. Tut alle kein Gefühl für die Höhe, oder? Nein, ich musste runterspringen, weil Barfix tut es. Das ist Barfix. Ja, drück den Hebel. So. Ich bin auf dem Schiefdach, Marvin. Und du? Ja gut, dann geht er hoch. Ich war auf dem Schiefdach. Hat jemand eine Zweier- oder Dreier-Keycard? Ja. Zu Hause. Ja, Warfix. Warfix? Ja. Ich komme auch nicht hoch. Weil... hoch. Aber bin ich bescheuert, oder bin ich bescheuert? Ich bin bescheuert. Ja, eigentlich bin ich ein zweiter Stuhl. Nee, eigentlich bin ich ein zweiter Stuhl da. Warte mal. Achtung. Geh mal weg. Wenn wir den dann mit draufpacken, ob ich wieder den... Müssen wir natürlich nur was trippeln. Ähm. Ja. Tschüss, Stuhl. Hast du noch einen? Ähm. Ja. Nein. Äh. Ja. Nee. Ich bin drüber geüpft. Ich sehe nichts mehr. Hallo. Bist du denn? Ja, wo bist du denn? Ja, hier oben. Ja, komm runter. Wer ist denn da unten? Wapix, komm. Wapix, komm. Wapix, komm. Wapix, komm. Nein, Wapix, komm. Wo ist das, Leute? Weil ich euch ja angeblich weh tue. Hi. Hi. Hallo, ich bin da unten. Töger, komm! Ich bin da unten, ich bin da unten... Töger, komm! Weißt du, jetzt bin ich ganzして, denn ich kann keine Ahnung, Ich bin da unten, ich bin, wie viel da unten, ich hätte einen zweiten stuhl Dörr Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Na gut, dann kann ich da einfach nicht warten. Das war's für heute. 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 gesehen. Da oben. Nimm mal bitte mit. Nimm mal bitte mit. Was hast du denn? Ähm Okay Was? Hast du den Flüssel mitgenommen oder was war das? Jaja Achso, okay Ja, okay Ist noch irgendwas eventuell um den Kellner zu holen? Was war's denn? Flüssel oder? Ein Schlüssel Ach, war das? Okay Nein, ich rutsch runter, ich rutsch runter Ja, ist gut, ist egal, kannst runter gehen Hier zum Brett Hier runter und dann wieder weiter Ich seh nur ohne Taschen, habe ich sicher nicht Hier rüber Hier rüber wieder Und hier runter Gut Ich habe zwar keine Füße tat, aber 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 Haua, helf mir Ähm Komm her Kannst du mir helfen oder lebe ich? Du lebst Achso Wer lebt? Und ich kann Weiß ich nicht Und ich kann Weiß ich nicht Unbestand Warte mal ein bisschen her Warte mal ein bisschen her putter rein Komm mit Komm her Da ist irgendwas Ah, 4, 4, 4, 2, 1 Ah, 4, 4, 2, 1 Ist das noch irgendwas? Ist das hier oben? Ist das noch nichts, ne? Ist das noch nichts, ne? Da kommt das nichts Nein Na, kann man nicht machen Na gut Na gut, da Klicke mal bitte die Füße weg Ich klicke, also andere können nehmen Ja So, dann lass es, äh 100%ig wartet, der ist hier Garantiere ich dir Hab ich ja Machst du auf? Ich bin Schiss bereit? Ja Da ist er Äh, raus aus meinem Haus Nix da, lass mich rein Ok, tschüss, wir weg Sehr schön Lass uns weiter Wie bist'n du? Da Hinter dir Ja Alle anderen sind die Ecke schon weg, oder was? Kann auch gar nicht Ja Versuchen wir nicht Was? Ja Ich bin Nein Ich bin Nein Ich bin Nein Ich bin 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 UnOTT Ich bin Ich bin Shift Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Warum sind zwei Plätze frei? Hallo? Rengie? Hände los? Oh, oh, ein großer Wind zieht auf. Oh, oh, festhalten, Jungs, oh. Ah, ah. Haben sich nicht festgehalten. Oh, scheiße, Klo. Domo, warum hast du schon wieder das Spiel zugemacht? Oh, oh, oh. Erwartet wahrscheinlich auf Formular. Ja, ne, ich hab's in ihr gesendet, das war mein Fehler. Ich hätte es nicht machen können. Ja, das wird ja das Formular senden. Das andere send ich im Morgen, wenn ich's finde. Dann kannst du gleich noch besser schreiben. Weil ich's noch nicht gefunden hab. Und weil Plant jetzt traurig ist, weil du jetzt einfach gegangen bist. Ja, ich bin echt traurig. Kommt zurück, Vapix. Hä? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Mir ist so egal, ob... Ey, wenn Picksalern war, ich weiß, mir egal. Aber wo traurig ist, hm? Vapix, ich hab' Gefühle für dich entwickelt. Hass. Ey, Band hat Gefühle für dich entwickelt. Jetzt komm ran. Hm? Es ist das allererste Mal, dass ihr hier ein Stück Liebe schwingt. Hier, da. Hier, da. Hier, da. Wer hat Gefühle? Eskeo, Aschidare. Oh, ein ganz großer Wind sieht auf. Hihau. Wow, wow, reiß, reiß. Oh. Äh, ja. Das Wunsch mal, warum man zweimal weniger, wer hier pustet. Ja, einfach beim Wind immer stark festhalten und fliegt hier nicht auf den Himmel. Alles klar. Sally? Sally Face. Sally? I got a microphone. Hello, Sally! Bye Sally, have a great time. Oh, it stole me. Oh, yeah, it stole me, fuck. Der wird nie alt. Der wird nie alt. Was denn? Wir brauchen keine, die uns nicht verstehen. Diego. Hallo, ich muss von auch englisch reden. Diego? Can you hear me? Can you talk? Can you hear me, Diego? Hello. Diego, what's your name? Tony? Tous- RichTS-Heart. For this, To me? Get my name right and the police is right there. What the dad is...? No that's all I'm not permettet. You have idea why the Riffes in the river? What I'm not making his wife, taken the馬. Go for a check of... без no card right... It's only black vie men, it's all right... Boss-Their for the bicycles. Nachbarn, ähm, warte mal, trifft den Nachbarn dreimal mit einem beliebten Gegenstand, um die Fähigkeit zu erhalten. Und dann kannst du dich befreien, ja. Aber wie kann der Nachbarn mich dann noch besiegen, wenn ich mich immer befreien kann? Hello Germany, hallo. Kommt noch irgendjemand? Ja gut, ne, wir haben jetzt gerade 0 Uhr unter der Woche, also so viel würde ich da jetzt nicht mehr erwarten. Na, ich, eh, ich hab ja keine großen Erwartungen an den Spielern, und da hab ich dich ja auch geriggeln lassen, ne, aber... Und das ist der Moment, wo man bereit ist zu liefern! Das ist der Moment, wo man bereit sein kann. Ah, da kommt der Tsunami oberóf de? Bei dem Wort o wie zu bague Denami. Die kommt von, äh, Tschernobyl, ey. Straight after Tschernobyl. Ey, bei Tschernobyl gibt's einen Rummel. Lass mich auf den Rummel gehen. Vielleicht können wir sie da besuchen. Oh, Junge. Ich warte zu heute noch. Da gibt's einen Rummel. Ja? Da ist wirklich, also, ne? Da war wirklich Rummel-Saison bei denen. Da gibt's, da ist noch ein Riesenrad und alles. Alles klar. Das ist natürlich alles, ne? Ja, alles verwüstet und so. Aber ey, die Gäste strahlen. Der war so schlecht. Der war so schlecht. Ich weiß. Aber ich kenn keinen anderen Gäste. Sie strahlen noch vor. Oh, Vampick stattet. Nein, oh, war. Er kommt doch noch. Siehst du, er hat auch Gefühle für dich. Der geht jetzt wahrscheinlich in eine Gruppe. In Spain, ey, wo bin ich hier gelandet, ey? Geh von. Hallo, haben Sie was gegen Homosexualität? Ja, sind Sie homophob? Stört mich nicht. Wenn's hart auf hart kommt, bist du auf der falschen Seite. Hä? Leute, könnt ihr mit mir solche Witze bitte morgen machen? Ja, heute nicht mehr. Also, wir haben doch schon morgen, oder? Hallöchen, Kalib. Du grüßt Deutsch. Würde ich jetzt nicht sagen, diese magischen Zeichen ausrunden, er kommt aus Hogwarts. Hello, mein Name ist Bumblebee. 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 Your Name ist Bumblebee. Bumblebee. Deo, wie lange bist du heute da? Ich? Nee, warte. Versuch ich zu schaffen. Ja, Hype und so, das Spiel und so. Aber, nee, wegen, ich wollte ich ja noch rausfragen. Eins, zwei, eins und so. Ja, MC. So, ich bin kurz im Geh-Pon weiter, ja, Leibold? Ich hab... Ah, was? Jo. Mann, Alter, was hat denn der für Probleme? Warum kann er denn nicht joinen? Wahrscheinlich füllt er grad das Formular aus. Nee. Ich seh, ob Sie ganz nett sind. Er spielt nun Secret Nightmare. Er spielt nun Secret Nightmare. Bitte warten Sie. Der nächste Freiburg. Er spielt nun Secret Nightmare. Ich seh, was ihr nicht seht und das ist... Der Nachfrau. Äh. Hat zwei Beine. Oh Gott. Ja, ihr seid ihr schlecht, hä? Können sich ja raten, ihr. Penne. Boah, die... Letten der Zeit. Mann. Mann, alter Dumbo. Ja? Der ist bei der Geburt auch auf den Kopf gefallen, glaub, ja. Ich? Jo. Dreimal geworfen, zweimal gefangen, man kennt's. Beim dritten Mal hat er keine Lust mehr gehabt. Ich habe Hunger. Jetzt tut er... Kleint anstupsen. Kleint anstupsen. Kleint anstupsen. Kleint anstupsen. Kleint anstupsen. Hallo. Ich lege jetzt einfach ein Minimum fest. Wenn er bis... Ähm... Null Uhr anstieg darf er es starten, okay? Ich stelle mal kurz die Uhr zurück. Hallo, ich möchte euch mal nach mal ins Bett. Ich war heute Abend arbeiten. Arbeiten wird dir dabei bewertet. Nee, bei mir nicht. Ich sag mal so, ich war vorgewoche... Bei dir unterwertet, ne? Ich war vorgewoche 24 Stunden mal wach. Jo. Das ist geil. Unter der Woche. Jo. Wie man's im, äh, schön, schön badischen ausdrücken würde, äh, als was scharfstehen. Hm, hm. Was? Wo ist ein scharf? Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Als was scharfstehen. Was weiß ich nicht. Ja. Äh, äh, entschuldigung. Ja, äh, vier... Ja, letztes Wunder, letztes Glück. Also, ich sag mal so, 24 Stunden kriegst du locker hin, und zwar nämlich, wenn du nämlich noch nachts einen Großeinsatz hast. Großeinsatz? Hm, Marvin, Marvin, ich war nur auf dem Surfer, gerade auf dem, auf dem Surfer gewesen, auf einmal gibt es eine laute Explosion. Was sehe ich? Ich sehe Feuerschein. Ich muss zweimal hingucken, damit ich das glaube. Marvin hat mich damit auf der Autobahn rausgelassen. Krankenwagen! Ich war Krankenwagen! Krankenwagen! Ich bin der Unruhe und ich bin auch dabei. Nein! Hörst du mal bitte normal reden, danke meinen Nerven. Here, I'll speak German, I'll speak German. Adolf Hitler! Adolf Hitler! Das ist ein wird und auch Pock Michael Rehrer und Porto der Trier Marko der Tülle aus der it's so jetzt so ist es wird da ein Jahr also sieben Menschen sie haben wir haben wir haben er hat mich Prozent es nervt sie geht dieses Prozent dieses Missing-Ding im Hintergrund und da steht aber sie nicht drauf statt mit sich könntest du mal bitte das geben was du hier nimmst weil ich sehe ich sehe deinen Namen der Name würde ich auch mal in der Pflege und zwar schon ich kann schon reden ich halte auf was also als Redner 4 3 1 ich bin mit der Zeit bei der Welt des Schösses ich bin direkt ich bin erster die Röder buchte wie du in uns wird rückwärts hüppel für eine bis zu tun für das Bild Ich bin innocent. Der ist. Der steht still. Der ist ein Traitor-Shot. Oh nein, ich bin Nachbar. Oh, schon wieder? Oh, nö. Marlin, wo bist denn du? Wo ist denn der Vogt? Wo ist er? Hi. Tschüss. Ja. Vielen Dank. 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 No... Du... ... 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 Nein. Hat auch lange drauf, oder? Ja. Soll ich eine Stücke gehabt? Ja, für allen. Ich habe hier noch eine Schlüssel gehabt, um es fehlen. Was denn? Ich auch. Oh Gott, stopp. Ich habe hier noch eine kleine Abbläuer. Ich habe hier mehr Schweren gehabt, um das mit einer Flüssigkeit zu machen. Das war's. Ja, das ist voll Ja, gehen Oh Gott Ja, okay, ja Hast du noch eine Karte? Ach, du hast wieder Hilfe 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 Los, 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 los Hilfe Hilfe Bam Hilfe 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 Again? Ja, ich seh nix. Ich seh nur nach vorne. Help! Hilfe! Wo? Ja. Wow. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Fuck. Help! Help! Hey! Hm. Huh. 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 Chef, geh weg, du Arsch. Das reicht, dass du Mami gefressen hast. Hör. Hehehehe. 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 Nimm das, du Arsch. Huh. 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 Jetzt hab ich mich hater schockt, du Arschloch, alter. Hör. Hör noch. Hör noch. Hör noch. Nö. Diesmal nicht. Und der Chef langsam böse. Hehehehe. F***. Hm. F***. Nimm das, du Arsch. Wie kannst du dich mit bären, hä? Nein. Komm her zu Daddy. Alter, wüsste ich jetzt. Komm her zu Daddy. Komm nur, mein Junge, komm. Was? Als was, nimm lieber das, bevor du es zum Lavas. Komm zu Papa, ich habe es vorhin nicht so gemeint. Guck mal, willst du ein Kleber laufen? Kack. Ha. Auf Wiedersehen. Das ist deine Falle, mein Junge. Scheiße. Oder besser sein Untergang. Mhm. Au. Okay, mein Untergang. Danke fürs Helfen. Hallo, das kann ja nicht wahr sein. Du Arschloch, du haltest in den Drecksau, du. Du, du, Pfeife, du, du, du. Mich. Mich tönest du nicht, du Arsch. Warte mal auf, du sagst du nicht? Du kannst mal im Kleinen die Fresse halten, kannst du die. Meine Güte, ey. Ich will einmal mit Profis arbeiten und treffen kann man auch nicht. Lampi. Aua. Ski. Und schwing ihn in die Kürbisse. Ach man. Komm her. Komm her. Guckuck. 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 ach nö, halt nicht es muss doch definitiv eine Tastenkombination geben, dass du das kannst Pfeife, komm her lass die Kürbis da, du gehst jetzt drauf den Zimmer, ne mein Freund 10 Minuten Bist du bettferrig? Der Nachbar hat gewonnen, ok So Ja Nein Ja Und bist verzweifelt Chef Was hast du mit dem Schwingel gemacht? Du kannst den Charakter auswählen Du kannst den Charakter auswählen und verschiedene Charakter und verschiedene Eigenschaften Den, den ich hab, wenn ich dreimal hintereinander Nen Kürbis abwerfe oder irgendwas anderem Und nicht verziele, kann ich mich einmal wehren Na gut, ich bin der Erfinder Wir haben gesagt, solange bis ich der Kürbis bin Ah ne, warte mal Also, ich bin jetzt raus aus der Nummer Weil Ok Ich weiß nicht, ob die Also, ich bin der Kürbis Fügel Ich bin der Kürbis Vielen Dank.